. Wir nähern uns an einem Kreisel. Wenn ich raus schaue, muss ich früh ab dem Gas. Und der Mitsubishi macht hier gerade Rollen. Das heisst, keine Motorenwiderstände, keine Motorenleistung, sondern nur Roll- und Luftwiderstand. Vor dem Kreisel rekuperiere ich die überschüssige Energie weg. Ich bringe die Batterie mit B1-5. Ich fahre die Kreisel ein mit 30 kmh. Und brauche die Energie, die ich vor dem Kreisel gewonnen habe, wieder aus dem Kreisel zu beschleunigen. Wenn man das vor jedem Kreisel macht, vor jedem Lichtsignal, bei jedem Gefälle, kann man die Reichweite massiv vergrössern.